Hallo, mein Name ist Nathalie Pavlik. Ich bin die SPD-Bundestagskandidatin für den Wetteraukreis. Ich setze mich dafür ein, dass jeder Mensch eine faire Chance im Leben bekommt. Fleiß und Anstrengungen müssen sich lohnen. Die Herkunft darf nicht über den Lebensweg bestimmen. Wir brauchen sichere berufliche Perspektiven und gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen. Menschen, die arbeiten gehen, müssen sich und ihre Familien von ihrem Lohn ernähren können. Wer hart gearbeitet hat, verdient eine Rente, von der man würdig leben kann. Und das alles kann nur funktionieren in einer Solidargemeinschaft, die dich auffängt, wenn du in Not gerätst. Und dass die Sozialdemokratie gerade jetzt gebraucht wird, kann ich an meiner eigenen Biografie besonders deutlich machen. Denn wer hätte gedacht, dass jemand wie ich, der 1999 aus dem tiefsten Sibirien mit meinen Eltern, meiner Schwester und einer Reisetasche nach Deutschland gekommen ist, einmal für den Deutschen Bundestag kandidiert. Ihr wollt mich in meinem Wahlkampf unterstützen oder mich besser kennenlernen? Dann besucht meine Homepage auf www.natalie-public.de oder trefft mich vor Ort in euren Gemeinden und Städten.